Ich gebe es eh Wurzeln. Ey, was weiß ich, wie teuer ist so ne Butze hier? Der hat 3 Euro. Fangt mal bitte mit irgendeinem Stress an, Kevin. Wäre Content. Ja, wir fangen jetzt gleich mit jemandem Stress an. Danke für die 3 Euro. Das wäre mega Content. Hammeridee, Bro. In nem Land, wo gefühlt jeder zweite strappt ist, fangen wir jetzt erst mal Stress an mit irgendwem. Megaidee, Digga. Wo ist denn dieser Skatepark? Ähm... Ich glaub, der ist hinter uns. Ja? Ja. Ja, okay, dann hol ich mir kurz meine Socken. Soll ich mitkommen? Nee, Marsha redet mit euch. Hallo, Party People. Ist das das Mikrofon, was verbunden ist? Ja, das ist das Mikrofon, ja. Nicht, dass das jetzt weg geht, man hat die ganze Zeit. zu den darübernett nach 뭐�kan. Digga, stradet seine Fresse im Herzen. Was? Was hat er? Oh mein Gott. Was hat wer? Warte, 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 warte. Äh, WLAN hat die Autotür geschrottet anscheinend. Was auch immer das genau heißt. Da muss WLAN die Autotür bezahlen. Was ist das denn, die Fahrrad? Hä? 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 Was? Danke, versteh das auch mal hoch. Wolltest du pipi? No way for you. Ah, Klaus ist schon A da auch, finde ich. Ich finde, Klaus ist A. Habe ich letztens kennengelernt? No way, no way, no way. Habe ich letztens kennengelernt, finde ich ultra sympathisch. Schaue ich aber halt gar nicht, weil der macht halt League of Legends. Deswegen packe ich bei noch nie geschaut, aber ich kenne nicht, würde ich sagen. Packe ich ihn rein. Aber ich, das sage ich jedes Mal, wenn wir über ihn labern, ich höre nur Gutes über den Mann, Bro. Das muss der Über-G sein. Wirklich, noch nie hat jemand gesagt, das ist übelst der Penner. Wirklich, alle sagen immer, der ist übelst nett und sympathisch. Der muss cool sein, I don't know. Das ist das Einzige, was denn... Und er ist immer online, legit immer online. Immer wenn ich, ich gucke immer vor allem im Stream, was geht ab auf Twitch, immer online, Bro. Der Mann ist immer online. Ich gucke nach dem Stream, wer ist online, er ist immer online. Der Mann ist immer online, Bro. Er ist nie offline. Ähm... Und er hat immer Views, Bro. Die Leute scheinen ihn zu mögen. I don't know. Ich glaube, er hat seine Core-Community, die ihn einfach immer guckt. Er ist gerade online, ja. What a surprise. Was geht? Was geht, Freunde? Warte mal, warte mal. Warum steht hier Papa Platte Coaching? Kann ich mir bei dir echt nicht vorstellen. Was ist das? Was für Coaching, Bro? Was für Coaching? Ich hab nicht gecoacht. Aber wir zocken einfach zusammen. Ich brauch kein Coaching. Ich picke jetzt mein Gras. Ich... Ich picke... Äh... Wo geschaut, haut an wie Land die Gras wissen wollte, warum denn Foodnet bitte nicht in den Toptenmostsold Games sind. Oh mein Gott, lost. Lass dich nur reden, Digga. Äh, so... Äh, was... Sorry, Jeff. Hä? Afrika ist doch ein Land, oder? Äh, Digga. Oh mein Gott, Australien, mein ich. Oh mein Gott. Neuseeland. Neuseeland. Früher hat er gerade gekratzt, er kommt wieder... Ey, Felix. Kannst du mal Ficky, Ficky, Wieland rufen? Ja, aber du musst es ja laut machen, weil sonst hören wir es nicht. Hey, ich falle um. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich komme, ich komme. Also... Okay, hey, Mo... Komm, komm, komm. Waha! 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 Ja, nice try, I guess. Zweiter. Zweiter. Junge, immer beliebt's. Okay, ich mein... Es wird ein bisschen geschmäler, dass ich zweiter Platz geworden bin, weil Kevin ist auch zweiter Platz geworden und er hat ein bisschen seine Tastatur vorgesabbert. Aber im Prinzip zählt das. Mitashi, ich habe dich und deine Streams nie geliebt. So, was jetzt? Ist das dreist. Wird mir das auch noch geschickt. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass für dich nie wieder ein World of Warcraft ein Mount droppt. Ich hoffe, dass du 40.000 Mal irgendeinen Mount run machst. Und es kommt einfach nie, Junge. Ich hoffe, du kriegst nie dieses eine Mount, was du haben willst. Ich hoffe, es droppt für dich nie wieder irgendwas. Und das nächste Mal, wenn du raiden gehst, hoffe ich, dass dir alles weggerollt wird. Dass dann... Nicht, dass die Sachen nicht droppen, sondern dass die Sachen droppen und irgend so ein anderer, weiß auch immer, du spielst Krieger oder so, bekommt dann deine Sachen. Das möchte ich. Ich hoffe, dass passiert. Und du siehst vor deinen Augen, wie deine Items weggewürfelt werden von irgendeinem anderen Raid-Mitglied. Bin ich dran? Bin ich dran? Ähm... Ich würde sagen Dezibel. Ja, okay. Ich hab entschieden. Ihr habt mich. Ihr habt mich. Ey Leute, ihr habt mich. Ihr habt mich. Ich hab geklickt. Ich hab geklickt. Ich hab geklickt. Ey, ich hab entschieden. Wow. 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 Wow, das ist das Beste wirklich. Wie so ein Hund, also. Wow, Digger. Beste. Ähm... Ich würde so einen Obstteller nehmen vom Ding. Wie? Nö. Bitte. Okay, schauen wir mal. Hier, pass auf. Ich talk mit No Way heute zusammen. Okay. No Way. Ich weiß. Und es ist ein starker Gag. Starker Gag. Der war stark. Und, äh... Er lernt gerade, wie er gleich mit mir reden muss. Und das ist seine Interpretation. So denkt der Mann, dass ich rede. Ey, Atze. Ähm... Das ist, äh... Nicht so Togo gewesen. Äh... Beim nächsten Mal darauf achten, äh... Dass wir ihn, äh... Gucken lassen. Yo. Bin ich jetzt... Und dann gab's noch ihn hier. Warte. Ey, yo. Lattensepp. Digga. Das Play war Goofy. Mein Atze. Geh mal... Lahn. Ähm... Okay, 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 okay. Das ist mein Opening, sagt der. Und dann komm ich cool. Okay, okay, okay. Du gehst so dumm, Alter. Ja, ja. Eins, eins. Ich... 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 Hallo. Wie geht's? Wir haben nur ein Interview mit dem... ... Mark Eggers hat mit... Ein Dodge, ein Hit. Einer liegt am Boden. Wer liegt am Boden? Wer liegt am Boden? Rieland. Oh, man. Packs gekauft habe. Oder 20 Euro? Was ist das? Neue Challenges. Weltenheit. Falls ich euch noch mal dran erinnern soll, als wir zum Beispiel mal Texture Packs gekauft habe. Oder 20 Euro? Was ist das? Neue Challenges. Digga, das... Ich könnte das für 5 Subgifts machen, weil das sind 20 Euro. Richtig gut. Aber generell sind halt richtig... Imagine... Create... Photorealistic... Oh mein Gott, mein Herz. Jesus. Photorealistic... Der Plan ist folgender. Wir fahren jetzt zum Beach. Weil da ist nicht so helles Shit-Internet. Oder wir fahren halt zum... Man hört mich ja trotzdem, glaube ich. Ja. Hast du schon mal nen Bus tanken gesehen? Ne, Digga. Die sind von den Illuminaten. Da bist du an was ganz Großem dran. Ich würde da auf jeden Fall dranbleiben, Bro. Wow. Are you ready? Hallo. Ich glaube, ich bin auf dem Mic gerade. Auf dem Mic? Auf dem Mic. Was meinst du? Hier mit meinem Kopf. Achso, achso. Ey, die Kamera können wir nicht sauber machen, glaube ich, oder? Sauber? Ja, die ist ein bisschen... Ja, die ist so ein bisschen voll gejuiced. Ja, die ist so ein bisschen voll gejuiced. Ich glaube nicht. Wie ist es jetzt? Ich muss einige sagen. Ich glaube, ich habe da alle vier rein oder was? Gib ihr dein T-Shirt, Bro. Und ich laufe jetzt Oberkörper. Pass auf, Heno. Wie viel brauchst du noch? Perfekt, Digga. Super. Sag mal runter, sag mal runter. Warte, 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 noch ein bisschen weiter. Jetzt, jetzt, warte. Jetzt runter, aber... Okay. Ich mache langsam. Boah. Oh Gott. Kann ich schon? Ey, das ist sehr gut. Ja. Okay. Weiter runter? Nein! Kevin! Kevin! Ist alles gut? Ist alles gut? Sag mal, sag mal, was ich machen soll. Ja. Nein, nein. Wir spielen aber zusammen. Eine Elo. Stimmt, du bist ja schon krass, ey. Ich habe damals Back in the Days in Silver 4 gespielt. Der soll mal halblang machen da. Der wird erstmal gecarried da in der Botlane, Junge. Wenn ich da mit Trash erstmal ankomme und ein paar Hooks raushau. Was ist deine Rolle? Support? Ja, ja. Ich habe immer Support. Oder Nidalee, wo auch immer sie gespielt wurde. Entweder Jungle, Midlane oder Toplane. Ja, sie wurde überall schon gespielt. Midlane, Toplane und Jungle. Spielt ihr zu zweit? Ich glaube schon, ja. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Wir hoffen mal das Beste für ihn. Geil, das war krass. Was ist denn vor? Entschuldigung? Oh, wir streamen live. Hi! Nice! So, hello! Hallo! Welcome to Bubble Therapy! Bravo! Die ist auf jeden Fall high as fuck, man. Holy shit. Also, wenn die nicht hier irgendwie so das fuck ist, dann weiß ich hier nicht, Digga. Die war komplett drauf, man. Holy shit. Die war wirklich, also wirklich komplett high, what the fuck, man. Ich bin super exited for both of you. And turn around. Hey, schau Leute, wir sind übrigens ein Couple. Das ist vorbei. Ihr ekelt mich an alle beide. Was? Ich hab immer nur gegelt. Das ist 1000. Nein, das ist süß. Ich glaube, du musst den Wod löschen, da war gerade eine Frau, die viel frei hatte. Hm, ne. Felix Sex. Ich habe Anna Sex mit der. Äh, es war mir ein Fest. Fände ich ganz schön fatal von dir. Deine Oma hat mir das ganze Game unter... Deine Mutter hat einen Haupen-Leder und Knochen-Rippe! Ich brauche aus deiner Oma eine Rust-Wüstung! Sind das Diamanten in dem Dungeon oben? Spreiz weit, Spreiz weit, ne? Auf welcher Ebene findet man die? Wie schnell ist das gerade eskaliert? Auch mal hier. Wir sind gespannt auf das Halbfinale und wir gehen mal zu eurem Halbfinale-Gegner. Die konnten sich bisher ein bisschen ausruhen und entspannen. Das ist eine längere Strecke. Und das ist Team Revi. Und ich glaube Crackspark oder so hat das auch hochgeladen. Das ist auch ziemlich viral da gegangen auf YouTube. Leute, das ist also schon sehr cool. Sehr sympathisch, ey. Freut mich auch, dass nichts Negatives über mich berichtet wird. Voll cool, ey. Erst bei Elotrix in die Liste geschafft. Okay, jetzt bei Reef in den Ich-schau-nicht-tier. Elotrix. Aber Über-G genannt zu werden von Papa-Platte, das hat Klang, sage ich euch. Also Über-G, ne. So hat mich noch niemand genannt in meinem Leben. Wirklich noch niemand. Er freut sich voll. Das ist ja süß. Ja, sehr korrekt, Bro. One League of Legends. Wann Du, Q, Bro. Ey, wenn du unten auf der Botlane noch einen kranken Supporterbrows, äh, Supporterbrows, Bro, dann sag Bescheid, Digga. Ich kann Trash zocken. Ich kann Blitzcrank. Eigentlich wüssten wir machen, Bro. Eigentlich wüssten wir machen. Also wenn du Lust hast, Digga, let's get it. Das wird wild, ja. Es wird eher an irgendeinem Punkt League of Legends-Content geben, Freunde. Da sind wir. Woah, Bro, don't step in there. Oh. Ah, shit. Der hab mich gefickt, Alter. Vor der Live-Kamera. Vor der Live-Kamera, Digga. Aus Zeitperspektiven wurde ich gefickt, Alter. Holy shit. Sollen wir so ein Group-Foto machen, alle zusammen? Kannst du mir Screenshoten und mir bei Twitter schicken oder so? Okay. Geil. Das sieht aus wie Amerika, haha. Ja, man, Bro. Toll, Digga. Aber es ist echt in Sachsen, wo wir gerade sind, Bro. Wir sind gerade in Sachsen-Anhalt. Ich möchte mich kurz melden. Ja, das Ding ist Isa und ich, wir haben einfach eure Basti und Kevin Knight einfach geklaut. Und machen das halt jetzt auch immer. Auf jeden Fall. Voll cool, ne? Schon ziemlich heftig. Auf jeden Fall sind wir Playtups richtig am reingrinden. Das Ding ist Isa ist halt so ein richtiges Gamer-Brain, die Frau. Und deswegen schwitzen wir halt so in die Playtup rein. Wir müssen kurz eingrätschen. Ich hab mit Isas We Were Here Forever gespielt. Die Frau ist absolut kein Gamer-Brain. Aber setzt weiter vor Ort, bitte. Ja, ich glaub, Isa fast hat auch öfter Gras an als du, weißt du so. Ja, okay. Wie wir das gerade bei Team Gnu zweimal gesehen haben, ist der Spieler nicht raus. Ein Revive. Imke darf wieder rein, aber Eli fängt ihn und löscht ihn da durch und antizipiert sofort. Eli ist... Das Beste an Kevin ist Masha. Das Schlechteste an Kevin ist Kevin. Ich glaub nicht. Ähm... Digga... Fuck das ab, Alter. Ja, im Klein, weißt du. Ähm... Äh... Ich weiß tatsächlich nicht, wo man das ausmacht. Vielleicht... Hm... Vielleicht war jetzt einer aus dem Chat? Also Sion ist nervös, weil er mit uns spielt, ey. Arme. Wir können jetzt gleich mal schauen, dass wir zusammen runtergehen. Ich weiß nicht. Jetzt ist Fibi wieder am Start. Ein... Ein... Und Mimi... Zwei... Ja... Seht mich nach oben, ich kriegt mein Schwanz. Ja. Ich sitz vorne. Er denkt da hin. So, wir fahren halt zwei Minuten. Ja, das ist deinem anderen Tag. Wenn der Fanzer weg ist. Und jetzt... Ich hab jetzt n' R. Hahaha. Dich. Okay. Ich mach' hier. 400... Hahaha. Ich hab zu ihm... Ich hab zu ihm... Ich hab zu ihm... Hahaha. Das ist nicht passiert. No way. Jeder von euch will 200 Subs kippen jetzt? Ich hab zu ihm... Jede... Jede... Oh mein Gott. Ich hab zu Tito... Das geht, der Punkt geht aber schon an euch. Ja, dann machen wir, weil ich kann, ich kann, ich, guck mal, ich, im Gegend das Zeug. Bro, what the fuck. Wie lange müsste ich spielen, um auf deinen Lägel zu kommen, Sascha? Ey, Jungs, Jungs, halt mal die Schnauze, B, 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 B. Das ist krass, der Team, und du warst Müll. Labere mich nicht voll, du Schwanz, Digga. Du hast keine Ahnung von Game. Digga, danke, Sascha, wirklich, ich fühl's so hart. Weiter, so, weiter, so, dranbleiben, Sascha. Mehr, 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 wir brauchen mehr. Du bist einer der schlechtesten Spieler, die ich kenne, dass du streamst, ist wirklich alles schön und gut, aber halt mal deine Schnauze, okay? Ja, ja, mit der Stimme, so geil. Seid ihr dumm? Du bist fucking dumm, Max, du bist ehrlich dumm. Ich warte, dass ihr krass seid, und ihr seht gegen die Gegner, die bei dir landet, hallo? Ja, ja, mehr, mehr. Wie lange muss ich spielen, um so gut wieder Gegner zu sein, ganz realistisch jetzt mal. 2000 Stunden. Niemals, ich bin, niemals, im Leben, werde ich so gut wieder Gegner. Ey, Jungs, zum... Das ist die andere Methode, das ist wahrscheinlich noch eine Menge Gold, ne? Oh, warte, 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 noch nicht finishen, noch nicht finishen, noch nicht finishen. Noch nicht, 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 noch nicht. Nein, ich hab's, ich hab's bekommen. Also, 1200, 1200, ich hab's, ich hab's, ich hab 1002 AP am Ende gehabt. Ja, ich könnte doch kaufen, oh my god. Let's go. Alright, let's go, chat, nicht gestorben, feels good man. Mal wieder ein teammate, halbtotgeballert, aber ansonsten... Den Skin nehmen wir nicht mehr in unseren eigenen, let's go. Ah, ist nicht meiner, Eiji, ne, 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 ne. Jungs, Jungs, das Clip wird einfach gebannt, Bro. Denn, I'm sorry, I'm sorry. Henke hatte gestern Geburtstag und wir waren gestern nach dem Stream noch da. Und Henke hat jetzt, pass auf, jetzt kurz mal die Geschenke zusammengefasst, die Henke bekommen hat. Henke hat von seinen Freunden jetzt ein Pfanne-Eisteen bekommen. Zwei Liter, Twix, Yum-Yum-Nudeln und von mir, oder beziehungsweise von uns hat er einen Pullover bekommen, den er vor zwei Jahren mal bei mir vergessen hat. Jetzt der Twist. Dominik hat auf Straffnis den Twix gegessen. Marsha und ich haben den Pfanne getrunken und ich habe danach die Yum-Yum-Nudeln weggefressen, Digga. Ohohohoho hohohoh Und THG dazu würde, Digga. Auf gar keinen Fall, what the f missed. Das heißt, keep that aggressive.